Nun fordere Moses, wie du willst, das treuende Gesetz zu üben. Ich habe meine Quittung hier mit Jesu Blut und Wunden unterschrieben. Dieselbe gilt, ich bin erlöst, ich bin befreit und lebe nun mit Gott in Fried und Eiligkeit. Der Kläger wird an mir zu schanden, denn Gott ist auferstanden. Mein Herz, das merke ich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!